Ja, es war unten. Und so. Und jetzt sind wir hier an diesen schicken Rauben. Und dann gehen wir doch mal in die nächsten Rauben. Sehr interessant, hier geht die Zombie gar nicht weiter. Gut zu wissen. Und geht erstmal weg da von mir. Spannende Musik. So, ich nehm mal stark an, Hormis, der Boss, oder auch nicht. Cool, den kann ich gar nicht treffen, auch gut. Warum nicht? So. So. Da unten ist noch eine Fackel, aber ich komme da ja nicht hin, was mir schon mal nicht gefällt. So, mal schauen. Auf jeden Fall misste ich jetzt erstmal auf die andere Seite. Und ich kann mich schon sehr stark denken, wo ich rauskomme. Und wie man sieht, gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Und es ist ein Schlüssel für eine große Truhe. Ob ich jetzt nochmal zurücklaufen soll? Hm. Es ist eine wirklich schwierige Frage, ob ich das tun sollte. Aber ich tue es einfach mal nicht und denke einfach, ich werde sterben unterwegs. Und dann könnte ich da natürlich hingehen. So, da landet er. Und hier jetzt hoch. So, ja. Okay. Gut, dass ich den richtigen erwischt hab. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal wieder in der Kirche. Genau, ich hab dir geholfen und deswegen sind wir jetzt aus dem Gefängnis rausgekommen. Ja, wir werden hinaufhalten, keine Angst. Klar haben wir alles verstanden, also wieso sollten wir das auch nicht tun? Ich bin immerhin Link. Hat der mir grad zwei Herzen mit einmal abgesunken? Cool. Wir nehmen das Erste. Wenn's uns schon freigestellt wird, wo wir starten wollen. Und ich hab vergessen, dass diese Elektroviecher wehtun. Das ist ein Glück. Wir essen doch noch nachdem ich jetzt kliessst aus, das ist eine kleine Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Untertitelung des ZDF, 2020